Wenn zu viele Geister meinen, einen zu meistern, bleibt dann natürlich doch nur meisternhaft, und sich hier jetzt gerade nicht einmal zu verblaschen, wacht dann auch, dann wahrscheinlich einfach nur hier so rauskommt, als das schwarze Wesen, was man natürlich auf Wart gewesen wäre, und ich dann schon wieder mal überlegen bin, gerade eben, warum ich hier mir schon wieder den Kopf machen möchte, wegen dem ganzen Mega-Kram, wahrscheinlich eigentlich nur wegen dem ganzen egal seienden Wahnsinn, den ihr da schon wieder habt, allerdings habe ich hier natürlich auch nachgedacht, und frage mich letzten Endes, was ihr überhaupt selbst macht, den Schwachsmann-Karten sind dabei natürlich auch schon wieder hier jetzt gerade in dem Wahnsinn, weil ich hier natürlich auf jeden Fall, aber auch natürlich nur drin Weile, und so fair, während ich Verweile als Mega-Man hier ist das natürlich auch schon wieder Mega-Crazy-Man, oder doch nur wieder hier irgendetwas anderes gewesen, bis es dann schon wieder was war, ach ja stimmt, der Genius Hardcore, die hat so was denn guter Eben, also kann ich hier natürlich auch fegeln und fegeln, und natürlich auch fegen, was ich hier beginne zu segeln, zu lassen, wahrscheinlich einfach nur den gesamten Schwachstern dann schon wieder erwachsen, betrachten, und sagen, was halt Sache ist, Mega-Kraft-Man, ist natürlich auch nur Genius Hardcore, dann nicht wegen Sammelfielmann, oder sonst irgendwelchen Idiotismen, die hier waren, sondern einfach bloß mal wieder in irrsinnigen Wahn, dann natürlich auch hier gekramt waren, und zwar Herrfrau, Genius Hardcore, da liegt nicht den Herrfrau, da mag auch das Pilsen dann nicht so gerne, allerdings auch nur, weil ich Bier nicht so wirklich möchte, sondern lieber Whisky, aber trotzdem habe ich hier den Wisdom Key, dass ich hier natürlich auch bewill, was ich eigentlich die selbst gerne so ziehe, und zwar durch, aber momentan ist das hier natürlich auch nur wieder in so einer Einrichtung, so dass ich hier mit meiner Dichtung natürlich auch an und für sich schon stumpfsinnig wohl wirke, also sind es auch nur, weil ich hier natürlich auch bin, und zwar nicht der Hirte, führe mich viel hier, aber momentan gefühlt, shit, der mir da sowieso viel ersparen lief, gerade Freestyle, improvisiert halt, aber momentan ist das der Sebastian Guder, Genius Hardcore, der Sebastian Guder eben gewesen, also frage ich mich, was sollt ihr denn mir noch geben, während ich hier überlegen bin und bleibe, weil ich hier natürlich auch bin und weise uns auch darauf hin, was hier natürlich auch ist, und zwar gelaufen schon, während ich hier beginne, es rauszuholen, und zwar meine ganzen Töne, frage ich mich natürlich auch schon wieder, was ihr wollt hier, du schon wieder betönst, du wissen, ach, wahrscheinlich seid ihr noch am Stimmen, oh nein, wir kommen nicht hinterher, wahrscheinlich seid ihr die selben scheiß Nazi-Pissberger, die natürlich auch schon wieder meinten, hier als Shitbrand sich's eher aufzutun, und somit vielleicht auch mal irgendwie etwas anderes so grueln zu lassen, aber momentan bin ich hier kein cool und kein schwachsinniger Idiot, sondern einfach nur schon der Genius Hardcore, der Sebastian Guder eben, und was sollt ihr von mir?